Hallo und herzlich Willkommen bei ARK. Heute wieder dabei der Eledon und die Offline-Hexe. Servus. So. Und der Eledon ist am Hausbau beschäftigt. Er hat ein Stockwerk höher gebaut. Der will hoch hinaus. So, erstmal die Eier aufnehmen. Ihr müsst auch mal aufräumen hier. Die kacken hier alles voll. So, gucken wir mal was er hier oben gebaut hat. Hei. Eledon? Ja? Hier regnet's rein. Wache da drauf. Ich? Ja. Nö. Ich hab doch die Scheiße nicht gemacht. Die hast du doch angefangen. Du siehst ja erst mit Holzfarben. So. Und Offline-Hexe? Ja, hier wo der Finger leuchtet. Die baut unseren Stall fertig. Gibt mein Bestes. So, guck mal hier. Fein. Ein schönes großes Tor. Ob das Tor steht. Ja, das schon mal wichtig, ja. So. Oh, was denn das? Der Karla. Karla Kolumna ist auch hier. Echt, wo? Ja, hier steht sie hier. Hier. Oh, ey. Na ja, die rasende Reporterin. Ja, die geht ab wie eine Rakete. Ist lustig. Müssen wir uns auf jeden Fall noch eine ziehen. So eine. Ja. Oh, was denn das? Ist schneller als die Polizei erlaubt. Oh, Offline-Hexe. Was denn? Deine Konstruktion hat einen riesen Fehler. Warum? Also statisch ist die überhaupt nicht. Also, ich stelle mich da nicht drauf. Hält doch. Hält doch. Äh. Loch und noch und hält doch. Laut der Dorb unakzeptabel. Das geht ja gar nicht. Jetzt sag bloß, du bist vom städtischen Bauamt. Ja, natürlich. Ja, ist klar. So. Dann bau deinen Schein selbst. Guck mal. Guck mal unser Schwein hier. Guck mal. Hallo. Blindes Schwein. Hallo. Was kackst du denn einfach hier? Das kann. Boah, da riecht auch noch. Mh, lecker. Oh, mal aufgeben. Guck dir den kacken. Ui. Was ein Schwein. Wann machen sich die Leute vom städtischen Bauamt die Finger schmutzig? Ja, das ist ja also, ich bin auch einer von den harten. Ja. Ach so. Ja. Wir haben noch keinen Garten. Nee. Nee. Nur die harten kommen Garten. Ja, aber wir haben ja gar keinen Garten. Ja. Ja. So. Und unser Triceratops hier, unsere Lea hat jetzt auch ein Sattel. Ja. Und wir haben ein Leck. Ich will hier aufsteigen und es geht nicht. Oh man. Ups. Ui. Da war ich nur noch ein Stamm, den ich lauen konnte. Ja. So. Naja, da fallen wieder die Bäume hier. Die Biebers sind 8 Uhr alarm, der ganze Wald ist weg. Hier ist alles weggeholzt. Mensch. Hauptsatz war witzig hier. Ja. Boah. War ja. Und ich denk, wo ich das Holz her kriege. So. Na gut, dass man hier nicht nur anpflanzen muss. Dann will ich mal gucken. Äh. Ob ich hier net ein paar Tiere töten kann. So. Ich laufe. Vielleicht sollten wir auch mal so nach dem zweiten Krieg auch schon halten. Ja. Hm. Unser zweites ist ja schon wieder mal tot. Ja. Beziehungsweise drittes und viertes. Ja, halt auf ey. Erinnere mich bloß nicht daran. Tschüss. Tschüss. Da gibt es sich so Mühe. Pö. So. Jetzt können die Mücken kommen. Guck mal extra für das städtische Bauamt. Mach ich hier auch den Pfeiler hin. So. Es hat aufgehört zu regnen. So. Guck mal. Extra nur für das städtische Bauamt. Schicksal. Pfeiler hin. Oh, ein Raptor. Den hole ich mir jetzt. Könnt man eigentlich auch mal 10 so ein Raptor. Ja. Ich weiß nicht was der für ein Level hat. Von hin laufen möchte ich jetzt grad nicht. Ne. Ich glaub das kommt nicht so gut. So. Aber den Raptor mach ich jetzt kalt. Oh der kommt schon. Ach ne. Komm her. Du hast keine Chance. Level 12 war der nur. Ach du Gott. Was zappelt der da rum? Oh. Haben wir hier irgendwelche Ameisen oder so? Ich sehe nix. Ein seinem Glück kann das so sein. Ich sehe leider nix. Aber was heißt leider was? Ich wollte gerade sagen. Leider. So. Den nehme ich jetzt aus. Hat der was in der Tag? Nix. Jawoll. Achtmal Leder. Viermal Fleisch. Ah. Mücken. So. Mal mehr. Oh. Oh. Ich habe Mücken getötet. Jetzt kriege ich eine Nachricht. Was ist denn hier los? Ich habe schon 10.000 getötet. Ich habe schon 10.000 getötet. Dann. Es sieht hier und denkt auch. Ach was wie ein Idiot. Eine. Äh. Oder zwei. Das denken selbst manchmal die Mitspieler. Boah. Das hast du jetzt mit etwas gesagt. Ja. Wenn du dir das Video später anguckst kannst du hören dass ich das gesagt habe. Ich guck mir das nicht an so. Würde ich auch nicht. Ich bin jetzt beleidigt. Das ist okay. Damit kann ich nicht reden. Wirklich. Ja. Naja. Ich glaube aber sehr nett von dir. Ja finde ich auch ne. Ja. Oh ja. Und ich bin ja voll unterwegs. Aber voll. Ja sowas von voll. Ja. Nix gesammelt und schon voll. Nr. Und auch zu saufen. Und ich gar nicht. Ja. Und ich bin ja da. Ja. 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 3,4,5 Totos. Ganz viele Leder. Ja. Ja. Wie ist gut. Ja. Johtemintall. Ja. 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 10 Robbdor und ich kenne es war Peter Raptor so eine Testversion von dem Raptor Wohlmann vor der Raptor holen so den Röder, den Nöden, aber erst hol ich mir den Dino hier. Und Mücken, Mücken, und Mücken. Mücken, 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 Mücken. Haha. Haben doch gar keine Chance, diese Mücken. – und was mit den Dodos? – Die hätten nur Chance. – Ganz viele Dodos. – Das Leben noch. gerade aber Raptor dran. – Nein, aber größere Raptor Level 48 Raptor. – Wenn alles Gute. – So, sie irgendwas im Weg. ja die schwirren hier rum das ist nicht eine verbraucher mit 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 schnell holen schnell das zeug holen enthält so wie die in den kenten enthält 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 für uns Prozent Sam ist es schon fleisch in die Lüder und Verlust durch bis intelligent jetzt weiß ich warum wir von der anderen Haltung ja ich komme zurück okay nicht da ist er noch so üblich eine Form ist das ist aber auch ein Pronto das noch und zeigt dabei auch geschlossene Partei das ist so wie hier drin ich bin nicht blöd jetzt natürlich er will ich hab nicht am Tag Neuer Neuer dort wo man doch nicht Tänisch ein und wir alle aufhören alle aufhören so immer geht es nicht dass du das Spiel gefühlt schon Prozent 40.000 Stdl ich es war doch ruhig ich habe doch gar nichts zu sagen nein 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 der ruhig und ich bin Euro aller Kammel Dodo bleibt hier die Medien die heißt so schön Nr. Dodo 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 ist weg sie haben es scheint sich weg ist nein das noch da Lea ist noch da lebt noch das ist das Wichtigste ja wohl ja wohl doch mehr was probier mal was anderes probier ich das andere Pfeiffer zu tun Nr. Kommen in der Nr. Nr. Kronter und die Kliniken die hat gespuckt der Polaktion das nicht mehr so gut Kompil ist mehr Kompil ist lasst mir bloß und seit 2 1 ich war natürlich hier schon alles wieder gut schnitzelt schnell das Fleisch mit ins Inventar gammelt Kölner Schöpfchen Schleichschaften die Elastischen Bahnen das Zweifel 3.890 was zu vergeben Löffel erzielt die Brille auf er hat er hatte die Brille im Speil aufgezogen und du selbst sie ist nächste Plätschicht durchsetzt die gehen Level 8 Wo sind wir das klein? Komm her, BÄM 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 Er hat mich auch getroffen BÄM Tod! So, irgendwelche Mücken hier Nix? Alles klar Jawoll, das gibt wenigstens ansteckend Leder So, da ist die wieder rein Ne Elyton spricht überhaupt nix, ey BÄM BÄM So'n dummes Schaf BÄM Ey, wie ein erkältetes dummes Schaf Oder so Noch'n Trike, das hol' ich mir Ohja, mach dich kalt Mach's kaputt Nein, es kommt zwei Super Das war ja mehr Ohweil, geht's jetzt eng Ich bitte nicht Doch, es wird eng Oh ne, lauf weg Ne, ne, lauf weg Ne, ne, lauf weg Ne, ne, lauf weg Ne, ne, lauf weg Stelle mich Eines ist tot Ja, mhm Hoffentlich nicht gleich unseres Zweites auch tot Hast du ein Schwein mein Freund Ja Hast du ein Schwein? Ja Ich hab kein Bock mehr Lea 3.0 zu 10 So, aber wir sind schon wieder am Ende Ja, klein Moment Ja Wenn es dieses Video gefallen hat Ich könnte das mal in die Kommentare schreiben Ja, mit dem Paul ist Schluss für heut' Und damit Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020